ah ja komm ja mal nicht rum hier wo ich habe gerade lava gehört da unten das ist interessant doch das ist ja ein ding muss also irgendwo unter unserem hafenbecken lava schlummern beachtlich so und das war es mit dem sande da müssen wir noch mal dahinter rennen schnell jetzt noch mal ein bisschen was holen wenn wir gleich mal das hier machen ist ja egal wenigstens noch mal 364 als text das sollte eigentlich reichen das kommt jetzt ein bisschen drauf vorher wenigstens geht das schnell und mal ein bisschen abwechslung nebenbei noch als immer nur das zeug unter wasser hinzukloppen auch nebenbei mal welches zu holen das ist echt eine natürliche ressource hier das reicht allemal ich mache mal aus den 364 als text mal ich mal vier dann reicht es auf jeden fall für das kleine bisschen was wir da unten noch haben obwohl ich da auch nicht so sicher bin nicht dass ich dann noch mal zurück laufen müsste ich brücke ich nehme lieber mal ein bisschen mehr mit ich meine notfalls ins lager zurückbringen das können wir jederzeit machen kein großer akt hauptsächlich aus maus da also nehmen wir so viel wie wir kriegen können damit wir das loch diese und nächste folge dann zumachen können und dann die aufnahme session beenden können denn irgendwann ist dann auch mal die luft raus und jetzt spiele ich ja jetzt hier schon seit fast wohlgemerkt fünf stunden das handy muss ich dann auch noch ein bisschen laden was weiter geht heute nachmittag naja machen wir das inventieren da unten wenigstens voll oder auch nicht weil keine schaufel mehr am start ist ach vielleicht reicht es ja ich bin jetzt mal optimist und sage das reicht für das kleine loch da und noch den einen block da hinten an der kante ich glaube das wird reichen ja ja einmal zu viel ja ja ich kann da nicht gleichzeitig hier graben und auftauchen meine leute das funktioniert nicht ich hätte in ruhe weiter graben können das ist alles gar nicht so schlimm das habe ich vorhin verdeutlicht das mit den herzen erst wenn die herzen weg sind bin ich tot nicht wenn die luftblasen weg sind ja 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 das sollte reichen ja ja jetzt ist aber gut guck immer unten auf die sandblöcke und nicht auf diese luftanzeige okay ach ja ich krieg's langsam krieg's weg hier gut dass wir gleich fertig sind sonst würde mir das jetzt nämlich fast noch an die nerven gehen kurz zum schluss hier dieser session ach so oh ne jetzt ist oh das letzte stück ich hoffe dass das jetzt noch reicht hier ja bin doch da alter bloß nicht noch auf den letzten metern hier den sand aufgeben müssen ich hoffe dass das noch reicht okay das reicht oh gott sei dank gott sei dank gut wir haben es geschafft leute wir haben den hafen zumindest das hafenbecken fertig da reicht sogar noch der sand um das kleine löchlein hier wieder zu schließen und dann können wir in die nächste phase gehen ist es nicht schön ist es wirklich ist es nicht schön ich guck mir das nochmal ganz schnell von oben an das muss man doch mal kurz austriumphieren hier herrlich da hinten ist ein tintenfisch den weißt du was das lasse ich mir nicht nehmen jetzt dankeschön vielen dank für drei weitere schwarze farbstoff blöcke herrlich nebenbei mal kurz strecken ja oh ja und dann war es das mal wieder so den übrigen sand den können wir jetzt natürlich noch ganz easy flockig hier reinschmeißen ja das bisschen kobbelstone was wir hier noch haben auch sandstein ebenfalls auch sandstein ebenfalls kies erde erde eisen und wo ist er denn feuerstein hier farbstoff Ne, hier. Naja, immerhin schon mal zwölf, ne? Immerhin schon mal zwölf. So, dann glaube ich mir jetzt mal ganz kurz die Kohle raus, dass wir wenigstens die zwei Eisenblöcke hier noch einschmelzen können. So. Und das reicht. Das reicht schon. Müssen wir nach der Flasche greifen, aber da ist ja nichts mehr drin. So ein Pech. So, ja, und dann würde ich mal sagen, waren wir aber wieder sehr erfolgreich in dieser Folge. Eisen, sehr schön. Ich will nochmal da unten rein. Oh, ist doch. So. Gold, da können wir eigentlich auch noch ein bisschen schmelzen hier, ne? Wenn wir das Gold einmal hier gerade mal haben, schmeißen wir das nochmal fix in die Öfen rein. hier mit. So. Können wir schnell noch das Gold einschmelzen. Dann sind wir fertig für heute. Schön, mal gucken, ob die Kanickeln auch alle da sind oder ob da welche schon wieder obsgegangen sind. Nö, das sieht gut aus hier. Ne? Ja, Asen. Ich hänge noch eine Folge dran, glaube ich. Ich muss dann nochmal kurz was gucken gehen und so. Und noch dies und das und jenes. Und schon mal ein bisschen Zeug einschmelzen dann hier für den Hafen und so weiter. Ja, da geht noch ein bisschen was ins Land hier. Genau, da hängen wir noch eine dran, ausnahmsweise. So, als kleine Zugabe für heute. Ja, das geht noch mal. Ja, da geht noch. Das ist halt. Vielen Dank.